Die Kurzarbeit in unserem Land nimmt dramatisch zu und die Arbeitslosigkeit wird noch deutlich zunehmen. Deshalb brauchen wir dringend einen Schutzschirm für die Menschen. Eine Ursache für die Krise sind die zu knappen Löhne, sind die zu geringen Bezüge der Rentner, sind die geringen Arbeitslosengeld-Zweibezüge. Wir wollen, dass Arbeitslosengeld 1 länger bezahlt wird. Wir wollen, dass das Arbeitslosengeld 2 deutlich angehoben wird. Wir bleiben dabei. Das Harzgesetz muss weg. Harz 4 muss weg. Allerdings brauchen wir jetzt sofort eine dringende Anhebung der Bezüge. Die Rentner sind in der Vergangenheit deutlich geschöpft worden. Nullrunden, unzumutbare Erhöhungen auch in der letzten Zeit. Das alles hat dazu geführt, dass die Rentner als Nachfrager momentan in dieser Krise nicht stabilisierend wirken. Wir wollen eine deutliche Anhebung der Rentenbezüge, damit auch über die Renten die Nachfrage in diesem Land stabilisiert wird. Schutzschirm für die Menschen bedeutet, nicht nur die Banken stabilisieren. Schutzschirm für die Menschen bedeutet, den Menschen ihr Auskommen zu sichern, auch in der Krise und die Nachfrage zu stabilisieren.